Guten Morgen und liebe Grüße aus London. Ich bin hier gestern eingereist, wurde von Blackmagic eingeladen. Alle Infos dazu von der Videobeschreibung zum Thema Transparenz und so weiter. Und heute geht es auf ein Event zum Thema Dimension Resolve 15. Dort werden uns einfach alle neuen Funktionen erklärt. Wir dürfen dann selbst auch so ein bisschen damit arbeiten. Wir haben einen professionellen Coloristen, der uns dann da unterrichtet und so weiter. Ich bin sehr gespannt, wollte euch da einfach so ein bisschen mitnehmen und wünsche euch viel Spaß mit diesem Vlog. Okay, ich habe es im Vlog einfach nicht so drauf. Ich habe total verpeilt, da einfach weiterzumachen. Es hat sich auch einfach nicht so angeboten. Deshalb mache ich jetzt einfach hier entspannt aus meinem Studium in Berlin weiter. Ich werde euch einfach so erklären, was wir eigentlich an diesem Tag so gelernt haben, worum es ging. Und werde euch hauptsächlich die neuen Funktionen von DaVinci Resolve 15 vorstellen. Das Ganze ist kein Review zum kompletten Resolve und auch kein Tutorial, sondern es geht wirklich nur um die Neuerungen, die jetzt DaVinci bei diesem Event herausgestellt hat. Es geht also wirklich um diese vielen kleinen Verbesserungen im Vergleich zu vorhergegangenen Versionen von DaVinci Resolve. Es kommt bestimmt noch mal irgendwann von mir ein Tutorial zum Thema DaVinci. Wie gesagt, dieses Video ist das aber jetzt nicht. Also viel Spaß und weiter geht's. Ich habe mir jetzt mal so ein paar Notizen gemacht mit dem Laptop, deshalb nicht wundern. Also das Event fing an mit so ein paar geschichtlichen Sachen. Wie hat sich DaVinci überhaupt entwickelt? Viel von euch wissen es, einige wahrscheinlich noch nicht. DaVinci hat früher extrem viel Geld gekostet. Und zwar war das immer mit der Hardware gekoppelt, mit diesen riesen Panels zum Colorgraden. Die haben teilweise über 200.000 Euro gekostet. Dann kam irgendwann so ein Umbruch und DaVinci wurde mehr und mehr Software basiert und nicht mehr auf diese Hardware zugeschnitten. Und wurde immer günstiger. Irgendwann 1.000 Euro, jetzt kostenlos und beziehungsweise in der Studioversion 300 Euro. Was also wirklich durchaus bezahlbar ist im Vergleich zu 200.000 Euro. Angefangen hat DaVinci also wirklich nur als Colorgrading Suite und jetzt mittlerweile ist es auch seit vielen Jahren oder seit einigen Jahren auch ein vollwertiges Schnittprogramm. Das war früher eben nicht so. Es hat vor 3-4 Jahren angefangen, dass sie sich so langsam Richtung Schnittprogramm entwickelt haben. An der Arbeit zum Schnittprogramm hat sich wirklich viel getan. Ich war wirklich sehr begeistert, was man damit mittlerweile alles so machen kann. Ich fange mal an mit diesen Funktionen. Was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man mehrere Timelines gleichzeitig geöffnet haben kann. Das ist eine Sache, die meines Wissens nach nicht in Final Cut geht. Natürlich kann man immer zwischen Projekten einfach hin- und herswitchen. Aber bei DaVinci kann man jetzt mehrere Timelines gleichzeitig geöffnet haben und dann eben an verschiedenen Timelines unterschiedlich arbeiten, je nachdem wie man das möchte. Weiter geht's mit der neuen Marker-Funktion. Die Marker sind verbessert worden. Man hat jetzt, falls man zum Beispiel mit mehreren Leuten in einem Projekt arbeiten kann, wesentlich bessere Funktionen für die Markersetzung. Man kann sich Notizen machen, man kann mit der Maus sozusagen so Sachen einkringeln, falls man das möchte. Das geht bei Final Cut, soweit ich weiß, auch nicht so wirklich gut und bei Premiere weiß ich nicht. Das ist schon mal ganz super. Man kann Keyframes bei Effekten jetzt viel, viel besser setzen. Das heißt, man kann Effekte langsam einfaden lassen. Man kann sogar auch einstellen, ob die jetzt geradlinig eingefadelt werden oder halt eben mit so einer leichten Kurve. Auch das vermisse ich bei Final Cut noch. Also super schön. Es gibt ein Subtitle-Tool für Leute, die mit Untertiteln arbeiten. Und man kann dann beim Export sagen, ob die Subtitles gleich eingebacken werden sollen ins Video oder ob man sich so eine Subtitle-Datei exportieren lassen möchte, die man dann zum Beispiel bei YouTube wieder hochladen kann. Ist also super für YouTuber oder Leute, die irgendwie Dokumentationen machen. Es gibt jetzt eine LUT Live Preview. Das heißt, man kann ähnlich wie bei Final Cut zum Beispiel über so Effekte drüber hovern. Man sieht es dann automatisch auf dem fertigen Footage. Auch das ging vorher jetzt nicht in den vorangegangenen Versionen. Man kann einen Splitscreen aktivieren, sodass man dann gleich mehrere LUTs, ich glaube bis zu 16 verschiedene Looks, kann man dann gleichzeitig vergleichen miteinander. Das kann man dann zum Beispiel am Set nutzen, um dann die Kamera entsprechend so einzustellen, dass sie schon perfekt irgendwie dann vom Look her passt. Oder man nutzt es eben in der Post-Production, um vielleicht einem Regisseur, der neben einem sitzt, verschiedene Looks irgendwie zu zeigen. Richtig coole Sache und auch für sich persönlich zum Vergleichen ist das natürlich cool. Außerdem hat man Shared Notes by Color Corrections. In vorangegangenen Versionen konnte man natürlich die Notes speichern, indem man sich zum Beispiel in der Galerie verschiedene Looks gespeichert hat. Das Ding ist, wenn man jetzt diese auf ein anderes Video drauf kopiert und dann wieder Sachen verändert, bleiben die wirklich nur auf dem Video dann bestehen, auf dem man die jetzt drauf kopiert hat. Jetzt kann man eben Shared Notes machen. Das heißt, wenn man auf dem einen Video zum Beispiel den Weißabgleich nachträglich noch ändert, dann wird es auf das andere Video, auf dem der gleiche Effekt kopiert worden ist, auch geändert. Das ist eine super Sache, falls man zum Beispiel bei einem Projekt den gesamten Look nachträglich noch ändern möchte. Macht auf jeden Fall Sinn, diese Funktion. Auch das vermisse ich bei Final Cut. Die größte Neuerung bei DaVinci Visual 15 ist, dass das Programm Fusion jetzt direkt in DaVinci eingebaut worden ist. Für die, die es nicht wissen, Fusion ist ähnlich wie After Effects ein Compositing-Tool bzw. ein vollwertiges Compositing-Programm, was auch zu Blackmagic gehört. Und jetzt haben sie das eben in DaVinci direkt integriert. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn jetzt After Effects direkt in Premiere eingebaut werden würde. Man muss also nicht mehr das Programm wechseln. Man kann wirklich im Schnittprogramm auch anfangen, verschiedene Compositing-Geschichten, Tracking, Greenscreening und so weiter zu machen. Man muss sagen, das ist eine etwas abgespeckte Version. Die vollen Version gibt es nach wie vor als separates Programm. Aber sehr, sehr viele Funktionen aus Fusion findet man jetzt eben auch in DaVinci Resolve. Das ist eine super Sache, gerade für Leute, die halt eben auch so ein bisschen mit Compositing arbeiten. Ansonsten wurde Fairlight verbessert. Das ist eben dieses Tool in DaVinci, mit dem man Tonmischung machen kann. Also es ist auch wirklich ein vollwertiges Tonmischprogramm, kann man sagen. Also für Leute, die zum Beispiel fürs Kino irgendwie mischen müssen, können das eben direkt auch jetzt in DaVinci Resolve machen. Man kann bis zu 22.1 Soundsysteme dort abmischen. Man hat so einen 3D-Raum, in dem man irgendwelche Effekte positionieren kann, was echt der Wahnsinn ist und einfach nur Spaß macht, damit zu arbeiten. Wir haben jetzt im Exportfenster die Möglichkeit, DCP- und IMF-Files zu exportieren. DCP ist das Digital Cinema Package. Das wird benötigen, wenn man Filme fürs Kino abliefert. Bei Werbespots ist jetzt mittlerweile so, dass man da auch, glaube ich, ganz normale Filme abliefern kann. Aber falls ihr wirklich Kinofilme abliefert, braucht ihr das DCP-Format. Das könnt ihr jetzt auch direkt hier in DaVinci Resolve exportieren. IMF-Format ist das Format, was für Netflix benötigt wird. Also falls ihr irgendwann mal in Zukunft oder auch jetzt gerade irgendwelche Projekte für Netflix abliefern wollt oder müsst, könnt ihr das jetzt eben auch direkt mit DaVinci machen. Man muss auch sagen, dass die Performance viel besser geworden ist im Vergleich zur vorangegangenen Version. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwie abstürzt, ist auch geringer geworden. Gerade gibt es ja nur noch die Beta-Version. Die Vollversion wird auch bald veröffentlicht. Die sollte dann nochmal stabiler laufen. Es gibt jetzt Smart Bins zum Organisieren vom Footage. Das heißt, man kann sich das Footage wirklich sehr, sehr gut irgendwie organisieren. Man kann mithilfe der Metadaten, die im Video irgendwie drin sind, also Shutter Speed, Framerate, Auflösung und so weiter, kann man sich so Smart Bins erstellen, sodass man das Footage immer schnell wiederfindet. Das heißt, wenn ihr jetzt nach Footage sucht, weil es nur in Slowmotion aufgenommen worden ist oder nur mit 24 FPS oder so, könnt ihr euch das alles komplett so schön sortieren. Macht also auch Spaß, damit zu arbeiten. Man kann auch mit Proxys schneiden. Viele Leute arbeiten ja mit RAW-Codecs in DaVinci und manche Rechner machen das eben nicht mit. Hier kann man jetzt auch super easy sich Proxymedien erstellen, kann dort auch viel präziser die Proxymedien einstellen. Bei Final Cut hat man ja so gut wie gar keine Möglichkeit, irgendwie die Auflösung oder die Kompression von den Proxys einzustellen. Und das kann man jetzt eben hier super detailliert auch machen. Für Leute, die jetzt sagen, okay, ich bin so zufrieden mit meinen Shortcuts von Premiere oder von Final Cut, für die hat sich Blackmagic auch was überlegt. Und zwar kann man jetzt direkt einstellen, dass man zum Beispiel das Keyboard Mapping von Final Cut direkt in DaVinci übernehmen kann. Das heißt, Leute, die jetzt hier ganz viel mit Shortcuts arbeiten, haben dann mit DaVinci auch keine Probleme, weil sie die gesamten Shortcuts aus ihrem vorherigen Schnittprogramm zum Beispiel übernehmen können. Ja, das waren jetzt erstmal so die Sachen, die ich herausstellen wollte. Es waren natürlich jetzt viele Informationen und sehr schnell, aber ich hoffe, ihr habt alles ein bisschen verstanden. Also ich kann nur sagen, ich war mega beeindruckt, wie ausgereift dieses Programm jetzt mittlerweile schon ist. Es hat ja vor wenigen Jahren angefangen, diese Entwicklung Richtung Schnittprogramm. Jetzt kann man einfach mittlerweile sagen, es ist ein vollwertiges Schnittprogramm, es ist kostenlos. Es gibt in der Studienversion natürlich ein paar Sachen, die interessant sind. Zum Beispiel, dass man größere Videos als Ultra HD exportieren kann. Also die kostenlose Version kann man nur bis Ultra HD, was aber für fast alle Projekte reicht, exportieren. Dann noch so ein paar Profitools, dass man mit Dual Grafikkarten arbeiten kann. Die Noise Reduction ist auch nur in der Studio-Version. Ansonsten habt ihr wirklich ein vollwertiges Programm für 0 Euro. Also mir hat es sehr gefallen, dieses Event. Ich habe sehr viel gelernt, auch Sachen, die ich jetzt noch nicht so wusste. Ich kann euch nur raten, probiert es mal aus. Gerade wenn ihr Anfänger seid und auf der Suche nach einem Schnittprogramm seid, ist DaVinci meiner Meinung nach die erste Adresse, zu der es hingehen soll. Es gibt natürlich Alternativen, HitFilm Express, die ich auch mal ausprobiert habe. Ich finde DaVinci einfach viel besser. Es ist viel logischer aufgebaut, es ist professioneller. Man hat alle Möglichkeiten, mit professionellen Codecs zu arbeiten, zu Colorgraden, zu schneiden. Es gibt sehr viele Effekte zum Schneiden mittlerweile da drin. Also ich kann euch nur raten, probiert es aus. Und von meiner Seite war es das jetzt hier. Zum Thema DaVinci Resolve 15. Ich bedanke mich nochmal bei Blackmagic für die Einladung. Es war wirklich ein sehr schöner Trip. Ich habe viel gelernt, ich habe coole Leute kennengelernt. Hat wirklich Spaß gemacht und ich bin mal gespannt, was da jetzt noch so kommt von Blackmagic. Also ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren mit dem Programm. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020